Hallo Leute, der eine oder andere hat vielleicht schon unseren kleinen Teaser zum Volkslauf in Hagen gesehen. Heute zeigen wir euch ein bisschen mehr von der Strecke, geben ein paar Tipps, erzählen euch ein bisschen was, wo ihr aufpassen müsst und wie ihr euch die Kraft einteilen müsst. In ein paar Tagen ist hier quasi Startschuss und dann geht als allererstes in den kleinen Park, den ihr da hinten seht. Und ja, auf geht's. Wir sind schon ein bisschen warm gelaufen. Attacke! Hier seht ihr noch so schöne gelbe Pfeile, die zeigen euch den Weg. Zu diesem Zeitpunkt des Rennens sind wir alle auch noch beisammen. Das heißt also, die zehn Kilometer und die Halbmarathonis sind hier noch zusammen. Ganz wichtig, ihr erkennt das nicht an den Startnummern. Also lauft auf jeden Fall euer eigenes Rennen. Lasst euch nicht von dem Tempo der zehn Kilometer irgendwie verleiten, zu schnell anzufangen, weil bis jetzt war noch alles relativ flach. Wir hatten bis jetzt Asphalt, ein bisschen Schotterwege und ein paar Waldwege. Und das wird sich gleich ändern. Also ihr bekommt gleich einen kleinen Trail, der führt uns runter nach Holthausen. Da erzählen wir euch auch noch ein bisschen was, zur Verpflegungsstation und so. Aber ganz wichtig, bis hierhin immer auf die gelben Pfeile achten und euch nicht irritieren lassen vom Tempo der anderen. So, hier ist eins der wichtigsten Schilder für die Streckenbezeichnung. Und zwar geht es jetzt hier runter gleich zu dem Trail. In der Originalstrecke vom Veranstalter ist sogar ein anderer Trail eingezeichnet. Ganz wichtig, diesen nehmen, weil nur hier habt ihr wirklich ein bisschen Strecke, sonst spart ihr und kürzt ein bisschen ab. Das will ja keiner. Das ist so ziemlich die letzte Streckenmarkierung. Am Trail gibt es auch noch ein paar. Ihr müsst die Augen aufhalten und passt bitte auf, da sind einige Wurzeln auf dem Weg nach unten. Da gibt es Stolperfallen. Nehmt Rücksicht, überholt da nicht so krass und passt auf euch auf. So, bis jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, schnelle Strecke, richtig geil, nur bergab und flach. Das ändert sich jetzt hier. Erstens, die 10 Kilometer Läufer laufen da hoch. Für die Halbmarathonis geht es da her und da warten die Berge auf euch. Aber eigentlich ziemlich egal, welche Richtung ihr lauft. Die Straße, die wir gerade überquert haben, wird an dem Tag halt wieder vom Verkehr gesperrt. Ganz wichtig, hier ist die allererste Verpflegungsstation und auf dem Halbmarathon gibt es zum Beispiel nur zwei Verpflegungsstationen. Wer wahrscheinlich länger unterwegs ist oder wenn es ziemlich gutes Wetter wird, so wie das jetzt ist, mein Tipp, nehmt vielleicht lieber einen Trinkbeutel mit oder irgendwie deponiert irgendwas zu trinken an eurem Körper, wie auch immer. So, weil es gibt nichts Schlimmeres als nachher zu merken, dass man zu wenig getrunken hat, während man den Wettkampf bestritten hat. So, ihr merkt, ich komme langsam auch ins Schwitzen. Unser Kameramann Ole hatte auch richtig Spaß mit dem nicht elektronisch betriebenen Fahrrad hier hochzukommen. Wir haben euch, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Der Berg ist mit Vorsicht zu genießen, weil er erst hinten raus so richtig steil wird. Also sobald ihr dieses kleine Häuschen auf der rechten Seite seht, ab da wird es nochmal richtig steil. Also nicht freuen und Gas geben, sondern lieber mit bisschen Respekt an die Sache herangehen. Ihr lauft dann nicht weiter bergauf, sondern hier links rein, bis ihr zu einer Schranke kommt. Dann geht es erstmal ein bisschen flacher weiter. Aber der nächste Berg wartet schon auf euch. Wir suchen übrigens für die Halbmarathon-Strecke noch ein paar fitte Mountainbiker, die Bock haben, vielleicht den ersten Mann oder die erste Frau oder von mir aus auch ganz viele Leute dahinter mit dem Fahrrad zu begleiten, weil ab jetzt wird die Strecken-Ausschilderung ein bisschen weniger. Und da hilft es den Leuten einfach, wenn sie wissen, so sie können sich auf den Fahrradfahrer verlassen und erkennt den Weg. So, wir haben jetzt lange Zeit keine Pause gemacht, einfach weil da konntet ihr euch eigentlich quasi nicht verlaufen. Jetzt ganz markanter Punkt an der Strecke, dieser Bauwagen. Ich hoffe, die lassen den stehen. Also der ist auf der linken Seite von euch und wenn der Ole einmal darüber schwenkt, dann seht ihr, da geht es hoch. Hoch wollen wir jetzt gerade nicht. Wir wollen ein bisschen weiter bergab. Falls der ein oder andere sich fragt, warum ich diese Sonnenbrille oben drauf habe. Wir laufen durch den Wald. Es blüht gerade so im Mai und es fliegen viele Pollen rum und deswegen mein kleiner persönlicher Tipp an euch, Sonnenbrille aufsetzen, dann kriegt ihr das Ganze halt nicht so in die Augen oder auch die Insekten nerven euch dann einfach nicht so. So. Vom Bauwagen bis hier hin sind es jetzt ungefähr 1,5 Kilometer. Das Tückische daran ist, die gehen eigentlich bergab, beziehungsweise sind ziemlich flach und verleiten halt daher dazu ein bisschen schneller anzugehen und Tempo zu machen. Wir kommen nachher aus der Richtung. Aber ihr habt hier diese Spitzkehre. Hier gibt es übrigens dann die zweite Verpflegungsstation in der Regel. Also ihr kriegt hier nochmal Wasser. Dann geht es aber diesen Berg hoch. Und meine persönliche Meinung ist, der ist schlimmer als der erste Berg, weil ihr kommt hier mit Tempo rum. Es geht direkt ziemlich steil an und es ist halt vom Untergrund kein Asphalt, so wie beim ersten. Das heißt also Kraft einteilen. Das Ding zieht sich ziemlich lang. Werdet ihr gleich sehen. Noch ein kleiner Tipp von uns. Bei der Schuhwahl. Ihr seht, das ist hier ziemlich grob alles. Also ziemlich viele Steine. Zieht auf jeden Fall Schuhe an, die ein bisschen Profil haben und vielleicht auch ein bisschen gedämpft sind. Also nicht unbedingt den Rennsemmel, den ihr normalerweise irgendwie beim 10 Kilometer Straßenlauf anzieht oder so. Weil das kann sich hier rächen, gerade wenn es einen Tag vorher mit Regen anfängt oder so. So, jetzt kommt leider so ein richtiger klugscheißer Spruch. So, das Schlimmste ist hinter euch. Also wenn ihr von da unten angerannt kommt, dann kommt ihr jetzt hier an diese Entscheidung, ob ihr dort weiterlauft oder in die Richtung weiterlauft. Und beide Fähige führen ein Ziel, aber ihr müsst auf jeden Fall dort rechts weiterlaufen. Sonst kürzt ihr wieder ein paar Meter ab und das wäre halt ungefähr den anderen gegenüber. Ich habe da gesehen, dass wir den Wald so ein bisschen verlassen haben. Wir haben jetzt hier wieder Untergrund Asphalt. Ganz wichtig. Die Straße ist am Renntag nicht gesperrt. Ist zwar auch eine Straße, die nicht sonderlich viel befahren wird, aber leider, wenn sie befahren wird, schneller befahren wird, als man hier eigentlich fahren darf. Ihr müsst euch immer orientieren Richtung Hagen-Ems oder halt hier Klasse 0 Hagen. Ganz guter Anhaltspunkt ist auch immer, ihr hört eine Autobahn, die ist immer links von euch. Und irgendwann unterquert ihr dann die Autobahnbrücke, aber das zeigen wir euch dann, wenn wir da sind. So, falls ihr euch fragt, warum ihr euch den ganzen Scheiß antut, ich würde sagen, der Ausblick alleine ist schon mal so ein Stück Genugtuung für den Tag. So, euch liegt Hagen quasi zu Füßen und ihr müsst das Ding nur nach Hause laufen. Also die letzten Kilometer gehen eigentlich jetzt nur noch relativ flach zu Ende. Problem ist halt, wir haben alle dicke Beine, weil wir schon bestimmt irgendwie 13 Kilometer, wenn nicht sogar ein bisschen mehr in den Beinen haben. Und von daher ruhig keinen Kampf kriegen und einfach das Ding nach Hause laufen. Ohne hat euch gerade gezeigt, wo ihr herkommt. Dieser Tunnel ist quasi Symbol für die, lass mich nicht lügen, letzten zwei bis drei Kilometer. Ohne hat gerade noch den Insider-Tipp gegeben, dass es hier wohl in den letzten Jahren eine Verpflegungsstation gegeben hat. Das heißt, hier gibt es auch nochmal vielleicht so ein bisschen Wasser oder vielleicht sogar ISO, wer weiß. Und ja, aber wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, kann euch das Ding eigentlich keiner mehr nehmen. So, wir haben es geschafft, wir sind im Ziel. An der Lateine hinter mir wird sich dann Christi Himmelfahrt das Ziel für den Volkslauf in Hagen befinden. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns am Start und vor allen Dingen auch nachher im Ziel. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns am Start.